Da ist eine! Da ist eine, Max! Du bist krass, du bist krass! Ich glaube, ich schreibe sogar, du bist nur der beste Minecraft-Spieler bist, den ich kenne. Hi Leute, was geht? Na, an der Stelle, passt mal auf, folgendes ist das Projekt. Ich habe hier angefangen, eine Minecraft-Welt zu erstellen, ne? Bin in diesem verlassenen Dorf hier gelandet und habe hier zwei Villager getrappt. Die müssen wir jetzt heilen, dafür möchten wir zusammen in den neuen Neta aufbrechen, Max. Und versuchen irgendwie, da einen Dungeon zu finden, damit wir die zwei quasi heilen können, weißt du? Deshalb habe ich dich mit dabei, du bist ein extrem starker Spieler. Da hast du mich dabei, what the f***? Die gefährlichste Mission schlage ich mit dir im Neta heute, Max. Ich war mit Anni schon hier, mit Anni der Duck, ich nehme mir jedes Mal wen anders mit dabei. Und es geht quasi darum, dass wir so ein bisschen gemeinsam hier das Dorf haben. Das ist echt cool. Das ist ein gutes Projekt, ne? Ich habe jetzt nur Brustpanzer und Hose, mehr habe ich jetzt erstmal nicht. Mehr haben wir auch gerade einfach nicht hier, Max. Wie kann man sich nochmal selber angucken? Mit F5, Max, das, ne? Das hat so gut gepasst, dass du mich angehauen hast. Ich hatte total Bock auf das normale Minecraft, weil ich eigentlich immer nur Hypixel zocke. Und jetzt zocken wir das, genau eine kleine Folge, ganz gemütlich zusammen. Ganz genau. Genau. Und wir gehen jetzt direkt in den Nether zusammen. Komm, der neue Nether, wir müssen nämlich einen Dungeon finden. Ich habe keine Waffe und nichts, ne? Oh, du hast kein Schwert, warte mal. Ein Schwert essen, ja, Schwert. Essen trinken. Okay, auf geht's. Komm, Schwert hast du. Schwert hast du. Kartoffeln, lass die Kartoffeln drin. Hast du die drin gelassen? Ich habe... Ne, ich habe jetzt das... Ne, doch, die Kartoffeln sind drin. Aber ich würde jetzt später noch so ein kleines Beet bauen, so eine kleine Farm noch machen. Bist du herzlich willkommen, bist du herzlich eingeladen. Pass auf, vorsichtig, Max. Wir müssen jetzt mal gucken. Das ganze Update, ne? Richtig, jetzt müssen wir hier irgendwie runter. Wir müssen jetzt mal gucken, weil wir brauchen unbedingt eine Nether-Festung. Warte mal, dauert eine Nether-Festung zu finden nicht immer Stunden? Ne, weiß ich nicht. Vielleicht haben wir immer ausnahmsweise Glück. Lass mal gucken, dass wir hier runterkommen irgendwo. Ich freue mich auch, dass ich mit dir die schwerste Mission hier direkt schlage. Du, wenn man so lange kein Minecraft gezockt hat. Komm, das überleben wir, wenn wir hier runterspringen. Ist easy. Wie bist du denn jetzt da rübergekommen? Ein Sprung? Kann man den Sprung schaffen in Minecraft? Ja, ja, klar. Dann Blankönig. Komm her. Stark, Max. Sehr schön. Das ist Performance. Die will ich sehen. Ist so ein bisschen Speedrun-mäßig, ne? Wir haben nicht so viel Zeit, Max. Und in deiner... Ich hab mir gesagt... Oh mein Gott. Ich bin fast gerade nicht runtergefallen. Wir haben nicht so viel Zeit. Keine Zeit zu sterben heute. Ich sammle kurz hier die Pilze ein. Die gibt es, glaube ich... Die brauchen wir nicht einsammeln, Max. Na, man weiß nicht. Also, die gibt es jetzt nicht so oft hier. Die sind relativ selten. Ich nehme die einmal ganz kurz mit. Vielleicht... Weiß ich nicht. Kann man die auch einpflanzen? Wachsen die auch in der echten Welt? Das weiß ich nicht. Da bin ich noch nicht so sehr drin. Alter, wie geil, dass du das nicht weißt. So, Max. Jetzt hier vorsichtig sein, bitte, ja? Das ist wirklich eine Wahnsinns-Mission jetzt hier. Bitte vorsichtig, Max. Mach keine Scheiße, Max. Boah, das ist echt stupid, so wie wir es machen. Aber gut. Wir sind drüben. Okay. Jetzt entern wir... Bist du hinter mir noch? Ich kann mich jetzt nicht umgucken. Mein Lieben ist der Netherman. Das ist ein Enderman. Kein Netherman. Aber ja, komm mit, hier. Der Netherman schon wieder. Geil. Ganz ehrlich, ich sag... 30% deiner Zuschauer nennen auch Netherman. Mindestens, oder? Nein. Nein. Achtung, hier, Hocklins. Max, vorsichtig, wir müssen fighten. Wir müssen fighten. Wir machen Über-Damage. Hau mit drauf, hau mit drauf. Oh, sch... Schlag drauf. Boah, sch... Boah, Digga, stark, Max. Hab ihn, hab ihn. Monster Hunter freigeschaltet. Solid. Hier sind viel zu viele Schweine. Da hinten sind nochmal zwei. Drei. Es wird hier gefährlich werden, ne? Wir werden hier... Es würde mich so sehr wundern, wenn wir jetzt eine Festung finden direkt. Aber okay. Ja, aber guck mal hier, was ich hier gefunden habe. Noch alte Cobblestone von mir. Den können wir mitnehmen für neue Pickaxe. Auf Crack. Alter, das ist ja echt gut gespielt, Mann. Ich glaub, ich hab irgendwann gesagt, das ist mir zu gefährlich. Oh, Trident. Wem hast du alles schon aufgenommen? Mit Anni the Duck bis jetzt. War sehr entspannt. Nur mit... nur mit ihr bisher? Ja, bis jetzt haben wir da nur das Village gefunden und ein bisschen da hier so, ne? Okay, okay. Wer kommt alles noch? Oh, wen hab ich noch alles? Ein paar Looten hab ich noch vor. Romata wollte ich noch fragen. Spark, ne? Romata. Das ist ein bisschen richtige Sch**enfolge. Greifen die auch automatisch an? Nein. Die greifen automatisch an, die anderen nicht. Das sind die Piglins und die anderen greifen nicht automatisch an. Finde ich ein bisschen kompliziert, muss ich sagen. Ja. Wer mich angreift und wer mich erst angreift, wenn ich ihn angreife und wer mich erst angreift, wenn ich irgendwie die Kinder von denen angreife. Eisbären. Das zum Beispiel. Du weißt, das ist hier gerade High Intensity, ne? Du merkst das, oder? Ja, ich merk das. Welche Schwierigkeit ist eingestellt? Hab. Boah, boah, das ist echt insane, ne? Das ist wirklich hier gerade, das ist wirklich highly, highly not recommended. Was ist denn da unten im Wasser? Äh, in der Lava. Was sind das für drei Viecher? Das sind, ähm, Lava-Boggles oder wie die heißen irgendwie so. Ich weiß es nicht. Das sind Strider. Strider. Aber du kannst sie auch einfach Boggles nennen. Das ist ja quasi der Bereich. Die Lava-Boggles, die guten. Ich hab dir wirklich geglaubt, dass sie Lava-Boggles heißen. Hätte auch sein können. Hätte übel sein können. Also ich find sogar, die sehen mehr aus wie Boggles, als wie Strider. Geil, Max. Und da kommen wir ins Gespräch, Junge. Wie geil. Weißt du, was wir übrigens suchen, Max? Nethermarth. Geil, brauchst du für Tränke, ne? Richtig, genau. Kenne ich mich aus. Netherwarzen find ich immer instant. Oh, hier vorne. Hier vorne ist ein Basalt-Geschichte. Komm mal her. Basalt-Dinger. Basalt. Können wir mitnehmen? Oh, können wir mitnehmen. Ähm. Was kann man daraus machen? Uff. Ja. Weiß ich nicht. Also da bin ich nicht so drin. Wie geil. Ich find das geil, dass du das nicht weißt. Guck mal, ob wir hier irgendwo, ob auch eine Festung jetzt zu finden. Das wäre doch geil jetzt, oder, Max? Da ist eine. Da ist eine. Da ist eine, Max. Weißt du das? Da hier rechts. Oh mein Gott. Oh, ja, ja. Okay. Insane. Ey, wir schaffen das sogar in der Zeit. Das ist krass, Max. Du bist krass. Du bist krass. Danke, Mann. Aber wir haben... Du bist so krass. Hier, warte. Wir bauen uns hier rüber. Max, du bist so krass. Geil, du bist so krass. Geil. Und dann schnell zurücklaufen. Zack, die Villager heilen. Wir haben nämlich auch genug Gold dabei. Oh mein Gott, dass das jetzt funktioniert, Max. Das ist so geil. Aber sind jetzt hier nicht diese krassen, äh, schwarzen Skelette drin und so? Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, ne? Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, ne? Aber pass auf. Jetzt Treppe nach oben. Hä? Die haben wir durchgebaut. Ne, ist falsch. Du musst ja... Du musst ja... Du musst ja hochkommen. Achso. Komm her. Hier vorne ist ein Blaze. Achtung. Oh, ich hab keinen Bogen. Das musst du machen. Komm, komm. Lauf durch, lauf durch mit mir. Lauf durch, lauf durch. Wir müssen nur schnell die Netherwarzen finden. Mehr brauchen wir gar nicht. Nur die Warzen, ja? Die Warzen, genau. Lass hier lang. Oh ne, okay. Am Spawner vorbei, das schaffen wir nicht. Lass hier lang gehen, hier ist geil. Ich führe dich zu den Warzen, ja? Oh, kann ich dir da trauen? Mhm. Okay, wir müssen dann den Blazes vorbei, Max. Wie viel, wie viel... Wir machen, wir machen die Block-Taktik. Pass auf, ich zeig dir was. Lass mich vor. Okay, du weißt, wie sie geht. Soll ich das einmal vormachen kurz? Ja, mach mal. Ups. Ich bin ins Menü gekommen, ich bin ins Menü gekommen. Aber generell war der Ansatz richtig, ja? Komm, durch, 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 durch. Alles gut. Hier sind auch Blazes. Ringstand haben wir. Hier ist der Lava-Brunnen. Das heißt, wenn wir Glück haben, könnten hier irgendwo schon... Was ist das da vorne? Einfach durchlaufen, Max. Nichts, nichts. Ja, wir haben sie. Oh mein Gott. Pock, Digga. Holy . Wir sind insane. Wir sind insane. Wir sind wirklich insane. Wir müssen auch den Seelensand mitnehmen, weil da können wir die Warzen vermehren. Digga, wir sind so stark. Hier ist eine Kiste, Bro. Gib mir, gib mir Loot. Gib mir gut. Gib mir, gib mir gut Loot. Mach, Alter. Egal. Bisschen Gold nehmen wir mit. Was ist das hier nochmal? Was ist das hier für ein Müll? Digga, ein Nether-Ward-Block. Was? Nether-Ward-Block. Aber man kann die denn nicht mehr zurück-craften. Man kann jetzt hier Nether-Ward-Blocks finden. Guck mal. Das ist doch dein Traum. Hä? Wie das denn? Das ist eine Kiste. Da ist eine Kiste. Hä? Zwei Dears. Null. Gibt das jetzt wirklich die Warzenblöcke? Ja. Wir haben das ganz Neues gefunden. Was denn? Crimson Stem. Ja, das ist nur Holz. Alles cool. Okay, weiter geht's. Wohin gehst du? Boah, wir schaffen das noch wahrscheinlich, Alter. Das ist insane, Mann. Okay. Let's go. Wir kamen von hier. Die haben die Sounds bearbeitet ein bisschen, ne? Geil aber auch jetzt, oder? Ja, das klingt sich... Ja, stimmt. So, Max, pass auf. Hier sind gerade alle despawn. Wir töten jetzt einen von den Blazes wenigstens. Hier am Spawner stellen und dann warten, bis einer kommt. Und... Warum? Zwei sind das? Hast du einen? Ich hab einen Blazerod. Okay. Lass uns doch einen farmen. Hast du einen? Hab, ja. Let's go. Let's go weiter. Okay, nach Hause. Okay, Max. Digga, das ist insane. Wirklich. Das ist wirklich gerade ein super cleaner Run, ne? Wie schnell wir aus sind die ganze Zeit. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht, dass das mit dir machbar ist. Muss ich ehrlich sagen, ich hab noch... Hast du irgendwas an? Hast du irgendwas an, dass du... Gar nichts, Digga. Nichts. Gar nichts. Es ist hundertprozentig clean hier. Und ich bin gerade so überrascht, dass wir erstmal die Festung gefunden haben. Dann noch gerade das mit den Kisten. Super weird, Alter. Ich bin überrascht, dass du noch nicht von Falsch angestorben bist, muss ich sagen. Nee, nee. Okay, und weiter. Vorsichtig. Oh, Lava! Holy... Ey, das ist wirklich krass. Das ist wirklich, wirklich gerade krass. Auch den Weg, dass wir den zurückfinden, ne? Oh. Oh, hättest du nicht sagen dürfen. Digga, stell dir mal vor, da wär jetzt ein Lavaloch gewesen. Das wär alles verloren gewesen. Das wär so geil gewesen. Der ist ja hässlich. Guck mal. Der hat sogar ein Kind dabei. Das ist noch hässliger fast. Sind das Haare an den Seiten? Ja, ja. Können wir die eintöten? Nee, nee, die sind so stark, ne? Echt? Nee, mach mal lieber nicht. Komm. Warum zittern die denn so? Ist das normal? Äh, die haben Angst. Alter, die Mucke ist ja angepasst. Das ist ja voll episch. Das Game ist gefühlt jetzt ab 16. Ja, ist jetzt Grusel-Game, ne? Ja, bisschen Grusel ist drin. Hier, 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 hier. Hier hoch, hier hoch. Komm einfach hier hoch. Kannst du mich sehen in diesem Moment? Ja, ja, ich bin hier. Kannst du mich sehen in diesem Moment? Der klettert, die weint so. Absoluter Indiana Jones-Moment. Wir haben's gleich durch, Max. Pff, das war krass. Bro, das ist actually, also wirklich, Max. Und wir haben's geschafft. Hier ist ein Nether-Portal. Auf die Minute, genau. Alter, was ein Run. Hat jemand die Zeit gestoppt? Digga, das ist geisteskrank. Das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt. Rein, raus. Als wäre nichts gewesen. Crazy. Also das war schon, als hätten wir das schon ein paar Mal vorher geübt. Das ist einfach nur zu wild gewesen, wirklich. So, jetzt müssen wir Trank der Schwäche machen. Chat, einmal kurz Recipe bitte droppen. Gib mir die Zutaten. Ich mach das schnell. Ja, nun check mal Rezept aus. Ich geh kurz einen Apfel fahren. Ich suche einen Apfel. Ne, ne, ich suche den Apfel. Ich such den Apfel schnell. Ah ne, Max, wir werden's nicht schaffen. Wir werden's nicht schaffen, das zu werfen. Weil ich noch keinen Gunpowder habe von dem Creeper. Aber es ist nicht schlimm. Die Hauptmission, Max, haben wir geschafft. Was ist die Hauptmission? Die Hauptmission war, in den Nether zu gehen, innerhalb von einer halben Stunde alles zu finden. Das hat genau 30 Minuten gedauert, Digga. Das ist krass. Sauber. Sauber. Das war ein sehr, sehr cleaner Run, Max. Wirklich. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich ziehe sogar in Erwähnung, dich nochmal ein zweites Mal hier dazu zu holen. Wenn das Dorf so ein bisschen Vormann genommen hat. Mach mal noch so drei, vier Leute dazwischen. Ja. Dann komm ich wieder. Digga, fühl ich sehr. Und bewerte das, wie gut ihr das hier gemacht habt. Ich bin wirklich gerade einfach nur baff. Ich glaube, ich schreib sogar, du bist der beste Minecraft-Spieler, den ich kenne. Schreib ich einen Titel rein. Alter, schreib was in deinen Titel, Alter. Das rasiert komplett rein. Digga. Max, Kuss auf dein Auge. Ja. Schön, dass du hier warst. Mach's gut. Auf Wiedersehen. Danke. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.